Musik Herzlich Willkommen! Heute zeige ich euch ein Mac-Tool, was für Abwechslung auf eurem Schreibtisch sorgt. Es nennt sich Desclicker und ist hier runterzuladen. Desclicker.isnot.tv Ich poste den Link aber auch nochmal in die Beschreibung. Ja, wenn ihr das Programm runtergeladen und installiert habt, dann seht ihr dieses Symbol da oben bei euch in der Leiste. Ich erkläre jetzt erstmal, was das Ganze ist. Also, ihr kennt das vielleicht, ihr habt ein Hintergrundbild und es geht euch tierisch auf die Nerven. Wollt es ändern, doch euer Repertoire von Hintergrundbildern auf eurem Mac ist auch begrenzt. Und irgendwann gehen euch eigentlich alle Hintergrundbilder so ziemlich auf die Nerven nach einiger Zeit. Und dann seid ihr auch zu faul, um nach neuen Hintergrundbildern zu suchen. Da ist das Programm perfekt und es bringt immer neue Schätze von Hintergrundbildern hervor und bezieht diese ganzen aus Flickr. Und zwar aus einer Gruppe, die extra fürs Programm gemacht wurde, halt von der Desclicker Group. Es ist am Anfang so eingestellt, dass er daraus die Bilder nimmt. Und dort nimmt er dann halt in der Zufallswiedergabe, könnte man jetzt sagen, halt im Shuffle sucht er dann halt die ganzen Bilder raus. Und wenn man dann hier oben auf das Symbol klickt und auf New Desktop Thanks klickt, dann lädt er hier oben, zeigt er hier gleich so einen kleinen Dadebalken. Und lädt hier ein neues Hintergrundbild für meinen Desktop halt hoch. Wenn man manchmal Unglück hat, dann sind das manchmal ein wenig verpixelte Bilder oder so. Aber dann kann man natürlich auch wieder einen neuen Hintergrund wählen und das geht ja auch alles ganz schnell. Was eine nette Funktion ist, ist, dass hier rechts dann immer, oder wo man das Fenster auch immer haben will, Informationen zu dem Bild und dem Fotograf halt eingeblendet werden. Und wenn man da drauf klickt, kommt man zur Flickr Website und zu dem Bild. Und ich kann mir auch mehrere Fotos des Fotografen anschauen. Hier mehrere Uploads. Diese Information kann ich allerdings auch hier ausblenden. Show Info on this desktop. Mache ich den Haken einfach weg. Ja, gefällt mir das Hintergrundbild nicht, klicke ich einfach wieder auf New Desktop. Und er lädt mir hier wieder ein neues Hintergrundbild. Je nachdem, wie groß das Bild ist, dauert das auch immer seine Zeit, aber es geht eigentlich immer recht schnell. So, nun habe ich wieder ein neues Hintergrundbild. Ich muss sagen, ich war am Anfang sehr skeptisch, doch bin sehr zufrieden damit. Und dachte halt, da kommen jetzt nicht wirklich immer gute Bilder, aber es überrascht mich schon ziemlich. Ja, jetzt zeige ich noch ein paar Optionen des Programms. Das Ganze hat eine Auto-Change-Funktion, das heißt, es kann die Hintergrundbilder automatisch selber ändern. Und jetzt gehen wir in die Einstellungen. Hier kann ich sagen, ob das Bild alle eine Stunde gewählt werden soll oder alle zwölf Stunden geändert werden soll und jede Minute und so weiter. Unter anderem kann ich auch die Skalierungseinstellungen hier für das Bild einstellen. Scaling Options. Ob das Programm beim Login gestartet werden soll, ob das Hintergrundbild geändert werden soll, wenn ich das Programm starte. Und hier noch die Image Selection. Ob das halt eine Random Image aus der Gruppe sein soll oder The Latest Image aus der Gruppe. Und hier unter Flickr könnt ihr dann noch diverse Einstellungen tätigen. Wenn ihr einen Flickr-Account habt, könnt ihr den hier eingeben und dann könnt ihr euren eigenen Fotostream anschauen oder halt auch von anderen Fotografen. Ihr könnt eure eigenen Favoriten als Hintergrundbilder nehmen und so weiter. Allerdings finde ich auch, dass besonders auch aus dieser Desk-Licker-Group halt immer sehr viele neue Hintergrundbilder, die man natürlich dann auch noch nicht kennt, hervorkommen. Und es ist immer so ein kleiner Überraschungseffekt da ist. Ich weiß halt nicht, was als nächstes für ein Hintergrundbild kommt. Unter Advanced sind noch so Einstellungen wie Software-Updates. Unter anderem auch Multi-Screen-Support. Das heißt, ich habe jetzt hier einen zweiten Display an meinem Mac angeschlossen und ändere die Hintergrundbilder auf beiden Bildschirmen. Ja, man kann dann auch noch sagen, ich will dieses Hintergrundbild nie mehr wieder sehen. Und dann klicke ich halt Never show this desktop again. Gefällt mir das Hintergrundbild nicht, klicke ich wieder auf... Ja, ich will ein neues Hintergrundbild, also New Desktop. Und das Ganze klappt immer wunderbar. Genau, und wenn einem irgendwann ein Hintergrundbild gefällt, stoppt man einfach und dann immer wieder weiter auf New Desktop klicken. Man kann hier noch Spenden für das Programm, die Seite besuchen, für Updates checken, was eine sehr schöne Funktion ist. Die letzten fünf Hintergrundbilder auch nochmal sehen. Anklicken. Ja, und dann hat man wieder... Ne, das war mein aktuelles. Hier, dann kann ich wieder, ja, zu den letzten Hintergrundbildern zurückspringen. Ah, da war es gerade. Ja, meine Empfehlung ist besonders halt für die, die für Abwechslung auf dem Desktop sind. Allerdings, die es gerne simpel und, äh... Ja, irgendwie einfarbig haben, ist das natürlich nichts, das Programm. Aber besonders für die, die auch oft vergeblich nach einem Hintergrundbild oder so suchen, ist das Programm perfekt. Wer aber auch gerne so Art-Wallpaper und nicht so gerne Fotografen-Hintergrundbilder mag und halt eher so Hintergründe von Apple oder so, für die würde ich es auch nicht empfehlen, weil es halt wirklich immer Fotografenbilder sind. Ist natürlich auch Flickr. Aber mir gefällt das so und seitdem habe ich, wie gesagt, echt Abwechslung auf dem Desktop. Abonnieren und keine Videoausgabe mehr verpassen. Bis zum nächsten Mal.